Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschel und in diesem Video werde ich alle 16 Items von Fortnite Battle Royale vom schlechtesten zum besten ranken. Wenn euch solche Art von Videos bzw. mein Kanal gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, um eben kein Video mehr zu verpassen. Ja, ihr wisst, ihr habt leider nur 5 Slots in Fortnite Battle Royale bzw. noch einen Fallenslot dazu und es ist immer schwer, sich so ein bisschen zu entscheiden, was man mitnimmt. Und dementsprechend habe ich euch gelistet, was ich persönlich finde, dass die schlimmsten, also die schlechtesten Items im Spiel sind und was meiner Meinung nach die besten Items im Spiel sind. Fangen wir direkt mal ganz unten auf Platz 16 an und zwar ist das der Busch. Ja, der Busch ist einfach der Busch. Ich meine, jeder lacht Leute aus, die aus Busch irgendwo rumgammeln und irgendwo in der Ecke sitzen und versuchen sich so ein Wind zu ergammeln. Ich meine, hin und wieder machen meine Kumpels auch so, die ziehen dann an und tanzen dann rum, einfach nur just for fun oder es sieht übelst lustig aus, wenn du als Busch hier mit dem Launchpad fliegst. Aber dann ist es wirklich nur als Troll gedacht. Aber so an sich, der Busch, der bringt dir ja nicht viel. Ich meine, wenn du damit rumläufst, sieht man dich eher noch mehr. Und du kannst nicht immer nur rumsitzen, denn irgendwann wird sich die Zone auch bewegen. Ich persönlich finde, dass es das schlechteste Items im Game ist. Ja, auf Platz Nummer 15 habe ich C4 gelistet. Ich fand die ganze Sache mit C4 am Anfang übelst interessant, aber ich muss sagen, ich nehme das eigentlich wirklich nie mit, weil mir dafür mein Inventar echt zu schade ist. Es fällt mir persönlich übelst schwer, Leute damit zu töten. Dann nehme ich mir lieber ganz andere Granaten mit, anstatt meinen Platz hier mit C4 zu verschwenden. Ja, als nächstes habe ich die Boogiebombe aka Disco Disco gelistet. Ich finde, die Boogiebombe ist eigentlich schon lustig. Und wenn ich wirklich meinen Slot frei habe, dann nehme ich die auch mit. Aber ich muss sagen, ich werfe die mehr auf meine eigenen Mitspieler. Da würde ich alle halt rumtanzen, als dass ich die irgendwie auf Gegner werfe. Ich meine, es ist schon ganz cool, wenn du Gegner damit abwirfst und dann kannst du ihn direkt damit abschießen. Aber wenn du ihn halt einmal hittest, dann hört der Effekt ja eh auf. Die war früher mal einiges mehr OP. Mittlerweile wurde die auch schon genervt. Und dementsprechend ist das mein Platz Nummer 14 in der Liste. Hier Platz Nummer 13 ist die Damage Trap. Also die Fallen, die wir überall an den Wänden am Boden oder eben am Dach, am Roof halt platzieren können. Ich finde nicht, dass das ein schlechtes Item ist. Es ist nur schwer natürlich hier komplett alles zu ranken. Die Damage Trap ist wirklich ein cooles Teil. Ich schaue, dass ich die auch immer verbaue. Aber es gibt nicht so Leute, die nehmen sich im Laufe des Games 20 Stück auf und haben die dann bis zum Endgame und benutzen die nie. Wenn ich Solo spiele, mache ich die eh meistens irgendwo in Häuser, dann enttiltet sind eh meistens überall Fallen. Also benutzt die natürlich auch. Ich finde, das ist eigentlich schon ein gutes Item. Aber es gibt auf jeden Fall bessere. Aktiv im Kampf benutzen ist halt schwer. Außer ihr trollt jetzt den letzten in eurem Game zum Beispiel und schließt ihn ein und killt ihn mit der Trap. Oder ihr bunkert euch ein mit einer Trap. Aber so gesehen ist es kein schlechtes Item. Aber die anderen Items, die jetzt noch folgen, finde ich persönlich besser. Ja, auf Platz Nummer 12 habe ich die normale Granate. Ich nehme die eigentlich schon immer mit, wenn ich einen Platz habe. Beziehungsweise wenn ich keinen Rocket Launcher oder Granatenwerfer halt habe. Dann nehme ich auf jeden Fall immer die Granaten, also den normalen mit. Da kann man ja 10 insgesamt mitnehmen und die können wirklich andere Spieler nerven. Oder beziehungsweise als Rocket Launcher Ersatz, wenn ihr eben noch keinen habt. Ja, als nächstes habe ich die Bandys gelistet. Ja, die Bandagen sind ziemlich weit unten gelistet. Einfach nur, weil ich finde, dass die anderen Sachen einfach besser sind. Natürlich ist Heilung wichtig, aber es gibt bessere Healing Items einfach in dem Game. Ihr könnt euch pro Bandage immer 15 HP hinzufügen. Und meistens hat man Bandys dabei, aber wenn man andere Healing Items findet, die ich später noch liste, ist es so, dass ihr Bandys eigentlich immer liegen lasst. Ihr seht das auch bei mir im Gameplay. Ich habe meistens immer Minis Medkit dabei oder ich nehme die Minis über Bandys. Also ich habe jetzt ein Mini und 15 Bandys, dann ist es immer so die Sache. Ja, als nächstes habe ich die Klinge aka die Sticky Nates gelistet. Die gibt es ja erst der kurzen in dem Game. Ich finde die übelst lustig, übelst cool. Ich habe damit auch vor kurzem so ein Triple Kill gemacht. Das war auch voll geil. Weil ich finde die besser als die normalen Granaten, einfach nur weil sie halt haften und die anderen Granaten halt einfach weggeschmissen werden. Und die könnt ihr wirklich in den Gegner, also in die Fresse werfen. Sorry, wenn es sich das komisch anhört, aber ihr könnt es eben ins Gesicht werfen und es bleibt an ihm kleben und er kann dadurch sterben. Kommt halt darauf an, wie viel Gesundheit er davor hatte, bevor ihr ihn halt hier mit der Sticky Nate bewerft. Ja, auf Platz Nummer 9 habe ich das Portoford gelistet. Das Portoford ist eigentlich meiner Meinung nach echt ein cooles Item. Jedoch nehme ich es nicht immer mit eben aufs Platzmangel. So geht es ja den meisten mit dem Inventar in diesem Game. Das Portoford kann euch aber wirklich auch den Arsch retten. Also ihr habt das schon öfter gehabt. Ihr werdet irgendwo in einem Bunker getrappt oder so zwei Gegner draußen und wirfst den Portoford. Dann wird das wirklich auch in einem Haus gelauncht und du hast auf jeden Fall sofort einen Vorteil, beziehungsweise kannst halt da weglaufen. Es ist wirklich kein schlechtes Item, man kann auch viele davon im Inventar stacken, aber es ist immer so die Frage, ob ich das mitnehme. Also so nehme ich das eigentlich nie mit, außer wie gesagt, ich habe halt Platz frei im Inventar. Im Squad oder Duo dann schon eher. Was halt daran auch cool ist, ist wenn euer Freund oder euer Maid vorne irgendwie Probleme habt, da könnt ihr das auch auf ihn draufschmeißen. Wenn ihr richtig zielt, dann hilft es dem vielleicht sogar und kann ihn retten. Ja, auf Platz Nummer 8 habe ich den Slurp Juice gelistet. Der Slurp Juice gibt euch 25 Health und 25 Schild zurück und ihr könnt ihn wirklich schnell trinken. Ich finde ihn wirklich cool, vor allem wenn ihr davor Bandys benutzt habt, könnt ihr damit halt 100 Health wieder haben und noch 25 Schild dazu bekommen. Sonst müsst ihr halt immer ein Mad Kid wasten oder ein Camp Fire. Es ist auch oft so, dass ich den Slurp einfach wegtrinke, damit ihn niemand anders mehr findet in dem Game. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr cooles Item ist. Als nächstes habe ich die Impulse Nades gelistet, die wir auch Meme Nades oder eben Suicide Nades nennen. Die Dinger sind übelst nice, um Gameplay zu erspielen. Beziehungsweise sind auch übelst nice, um euch von der Zone zu safen. Die Impulse Granaten sind halt echt cool, wenn ihr zum Beispiel jemanden pushen wollt, könnt ihr die benutzen, damit ihr zum Beispiel in der Base reinfliegt. Oder ihr könnt sie benutzen, um von jemandem wegzulaufen. Oder ihr benutzt sie, damit ihr zum Beispiel vor der Zone oder im Sturm schneller wieder draußen seid. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee, dass diese Impulse Nades im Game sind. Ja, auf Platz Nummer 6 habe ich das Cozy Camp Fire, also das Lagerfeuer gelistet. Das coole an dem Camp Fire ist, dass es keinen Inventarslot wegnehmt, sondern ihr könnt dieses Camp Fire hier in eurer Trap Slot haben. Also dort, wo ihr die Pfeilen oder das Launchpad oder so habt. Und was auch noch nice an dem Camp Fire ist, ist, dass ihr euch und alle eure Teammates damit healen könnt. Und wenn ihr zwei nebeneinander stellt und in der Mitte steht, dann bekommt ihr natürlich doppelt so viel Health zurück. Also es ist echt nice, wenn ihr alle low seid, beziehungsweise wenn ihr alle so 60, 70 HP beispielsweise habt. Und ihr kein Mad Kid viermal wasten wollt, dann einfach hier das Camp Fire in die Mitte, ein bisschen rumtumdranzen und alle haben wieder 100 HP zurück. Ja, kommen wir zur Top 5. Auf Platz Nummer 5 habe ich die Mini-Shields, also die Mini-Shields gelistet. Die sind übrigens nice, man kann 10 davon im Inventar stacken. Und sie geben euch 50 Schilds zurück, aber halt nur die ersten 50. Danach müsst ihr ein Big-Shield oder ein Slot beispielsweise benutzen oder ein Chuck-Tag. Das Schöne ist, wie gesagt, ihr könnt davon 10 mitnehmen. Es ist super effektiv, wenn ihr in einem Kampf seid und euch schnell nochmal ein bisschen Gesundheit drücken müsst, damit ihr eben nicht sterbt, wenn ihr kurz mal zwei Sekunden habt, weil sie einfach so schnell getrunken werden können. Die Mini-Shields war eine sehr, sehr gute Erfindung, beziehungsweise ein sehr, sehr guter Add-On für das Game meiner Meinung nach. Auf Platz 4 habe ich dann die große Shield-Potion gelistet. Klar ist es immer nice, 10 Schilder, also Mini-Shields dabei zu haben, aber von den großen kann man jetzt nur 2 stacken. Aber das Gute an den großen ist, wenn ihr wirklich 2 habt, bekommt ihr komplett das Schild wieder zurück. Und wenn ihr die Minis habt, braucht ihr immer noch eine große im Nachhinein, um eben 100 Schilds zu haben. Mittlerweile ist es ja wirklich in dem Game, wenn man überhaupt kein Schild hat, fühlt man sich so richtig nackt. Weil jeder andere mit 200 Health einfach rumläuft und also hier noch ein hundertes Schild oder so immer dabei hat. Dementsprechend habe ich die Big Shields auf Platz 4 gelistet. Wir kommen hier zur Top 3. Auf dem dritten Platz habe ich das Launchpad gelistet. Das Launchpad ist einfach überschol. Ich meine, ihr könnt es nicht nur benutzen, um zum Beispiel andere Gegner zu pushen oder wegzulaufen, wenn euch Gegner pushen. Oder, was halt die meisten auch machen, beziehungsweise viele Leute machen, ist, dass sie sich wirklich so eine halbe Skybridge bauen und dort einfach weglaunchen, wenn die Zone ewig weit weg ist. Vorausgesetzt, ihr seid nicht ich und werdet an der Hand runtergeschossen. Das Launchpad ist einfach so ein cooles Ding. Also ich bin so froh, dass es damals das Launchpad gab, dass sie es halt angefangen haben, ins Game zu patchen, beziehungsweise einfach ins Game gepatcht haben und dann das Jumppad rausgenommen haben. Das Launchpad ist einfach überschol. Und wie gesagt, man kann auch richtig coole Memes oder richtig coole Moves, einfach coole Last Kills damit machen. Es ist auf jeden Fall eines der besten Items hier in dem Spiel. Auf Platz Nummer 2 habe ich das Medkit gelistet. Ja, Healing ist halt auch einfach nonplusultra in dem Game. Ich meine, natürlich braucht ihr Waffen, aber wenn ihr nichts zum Heilen dabei habt, dann habt ihr halt irgendwann ein Problem. Und das Medkit gibt euch halt einfach 100 Health, also 100 Gesundheit zurück. Es ist halt eines der besten Healing Items im Game. Ihr könnt davon 3 im Inventar stacken. Dementsprechend ist es bei mir auf Platz 2 gelistet. Ja, und auf Platz 1 habe ich den Juck Juck, aka Keg, aka zu deutsch Saufkrug gelistet. Zwar habt ihr ein bisschen den Nachteil, dass ihr hier 15 Sekunden braucht, um den komplett zu trinken. Aber wenn ihr diese 15 Sekunden habt, ist das Teil einfach mega OP. Denn der Saufkrug gibt euch nicht nur 100 Gesundheit, sondern auch einmal 100 komplett Schild zurück. Das heißt, ihr könnt in einem Kampf sein und einer kann nachher 5 HP runtergeschossen haben. Wenn ihr wirklich die Zeit habt, den zu trinken, dann seid ihr wieder komplett auf 100 Health, komplett auf 100 Schild. Was halt für den Gegner echt ein Problem sein kann, wenn er dann eben low ist und versucht euch zu pushen. Meiner Meinung nach ist es das beste Item. Es ist ja auch ein goldenes Item im Spiel. Kann natürlich sein, dass ihr anderer Meinung seid. Natürlich sind diese Listen aufgrund meiner subjektiven Erfahrung einfach gemacht worden. Und ihr könnt ganz andere Erfahrungen bzw. Meinungen haben. Dementsprechend würde mich interessieren, was ihr davon haltet bzw. was für euch von allen diesen 16 Items das Beste ist und warum. bzw. was das Schlechteste ist und warum. Vielen lieben Dank fürs Gucken von dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream jeden Abend 20 Uhr. Und bis dann!